so hallo ich bin es wäre auch für das TV und diesmal auch wirklich und hier neben mir ist die Jo und wir sind bei Kongress Web4 Day und das Spiel hat gerade Panne so wie ich gerade eben Eikon äh ja süßes Korn was machst du da Junge bring mir süßes Korn Wer ist das? ich seh niemanden hm ok 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 nur noch mal aufs Zerb Prozent ja ein hallo ok musst du gleich mal für mich Dankeschön ich bin aber nett dass du das für mich machst gleich mal rennen ins in die Scheiße Jo sieht sehr lecker aus sehr appetitlich riecht mich doch gut n Eikon als Eck Jo Schmuck-Demo da soll er ja 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 das ist nochmal durchgedreht ja ja hallo das muss man sich zum Spinnenspiel Spinnenspiel Hallo? Toll, das Spiel spinnt heute, extrem. Oh ne, was da los ist. Was ist da los, Junge? Was ist da los daran? Ihhh, Scheiße. Ihhh, die Scheiße, komm. Ihhh. Ne. Ja, komm. Die wenig, wenig, nein, das wird... Doch, die kann es jetzt in die Scheiße. Du gehst mal weg, du Kakan. Im wahrsten Sinne des Wortes Kakan. So. Mitkomm. Mitkomm. Du kommst jetzt in die Scheiße. Boah, ich lass mich nur. Nö. Nein. Na, hat er genug? Hat er genug? Nein, hat er nicht. Und das Spiel. Hat Panne, Panne, Panne. Hat er noch nicht genug? Wo ist denn noch? Oh, da sind noch mehr Körner. Ihhh. Oh, voll rennen. Oh, lecker. Mmmh. Und da war auch Schokolade. Ja. Mmmh. Ein Schokoladenhaufen. No, geht sterben. Oh. Mann, die rennen weg. Hiiii. Das sieht aus. Oh. Autsch. Beide getroffen. Nipps. Ja, los. Toll. Ach, die Loche. Die Geräusche. Lass mich, lass mich. Nein, nein. Hihii. Er wird weg und schnippt. Weg mit dir. Der wohl gleich mal drückt. Hallo. Mitkommt. Gleich mal mitkommt. Nein. So mein ich das nicht. Lass mich, lass mich, nein, nein. Tschüssi. So, und du da hinten auch. Ich hab dich aber doch. Scheiße, der kriegt mich. Nein, der kriegt mich nicht. Oh, er kriegt mich doch. Ha, 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 ha. Tom gelaufen. Ich hab dich aber doch. Scheiße. Ha. Ha, 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 ha. Oh, fuck. Tschüss. Oh nein. Was rennen denn mir entgegen? So tot. Nein, die bin ich doch. Doch. Hallo. Scheiße, selbst in die Scheiße fallen. Oh nein, das ist jetzt noch mal. Hallo. Mach' noch. Hm. We, 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 we. Wir will nur den einen nach. Oh nö, so wie das alles nö. Mal machen. Oder was? Oh nö. Wie ging das wegzutreten? Okay, hab ich mich herausfinden. Jo, okay. Mein Neues. Ja, dann darf ich nochmal. Halt's Maul. Oh mein Gott. Mittlerweile kenn ich die Szene. Ehrlich? Ja. Nein. Weg mit dir. Ja. Ja. Ja, die Szene kennen wir auch schon. So, erstmal jetzt alles hier machen. Das kriegen wir jetzt aber hin. Muss man nicht in die Scheiße latschen bitte. Ja, nein. Weg mit dir. Du ekelhafter. Oh nein. So, der erste wird weggeschmissen. Weg mit dir, du elende Seine. Das ist der zweite. Ja, stimmt. Der insgesamt zweite. So. Arschloch. Hallo. Oh, Franz. Okay. Dankeschön. Danke, du hilfreiches Händchen. Arschkakando. Ja, entscheidend übernimmt Franzi mal heute die Rolle des süßen Koans. Oh, nein. Gleich mal, und da scheiße begraben. Muss auch ein Toller droht sein, und da scheiße begraben zu werden. Hö. zu einer schulung dauernd es ist doch in Ruhe aber lass mich doch der eine war gleich mal selber hier hat Suizid begangen na, na, nicht mich, nicht mich doch mich nicht mich, nicht mich, doch mich komm schnell weg 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 das wurde von Scheiß getroffen also von so, mit ihr aufweckt, bitte so, jetzt, ja, ok, dann geschönt, nicht recht, händchen toll, kann ich wie auch stimmen so, jetzt bitte nicht wieder die Scheiße fallen wie eben gerade so, rein mit dir und jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ach ja oh oh jetzt fängt an jetzt fängt der Scheißhaufen an zu singen jetzt fängt der Scheißhaufen an zu singen jetzt fängt Scheiß auch noch an zu singen ich habe Angst oh nein er hat nicht gegessen ich habe Angst oh nein er hat nicht gegessen ich habe Angst ich habe Angst ich bin da groß so möchte die Scheißhaufen und ich werde meine Scheiße auf dich ich habe Angst das sind ja ungefähr mal weiß ich auch nicht was Schokolade was ja mein Englisch ist so südreich verstehen Text nicht ja keine Ahnung was ich tun Klopapier auf ihn werfen okay ich habe es ist wie ich habe ich habe Naja aber was hältst du denn von diesem Endgegner er ist ziemlich widerlich die es muss zu denken in den Schiffspiel du hör auf zu sehen du da hinten du kannst es nicht für der Opernsänger ah ah jetzt muss ich erst Opernscheiße erst wenn er seinen Maul aufmacht ja toll Arschloch sing groß sing du kannst so schön sing mach aaaah mach aaaah na jetzt ist er wieder weg jetzt muss er erst mehr warten bis er herkommt glaube ich Igelhafter jetzt schmeißt er das mal mit seiner eigenen Scheiße ja er hat doch gesagt ja mach nochmal hallo wie soll ich das nicht warte mal schlamt ok feuchte Taste so rein mit dir Klopapier ja doch halt nicht schlecht mir wird auch schlecht bei diesem Endgegner da an das ist wirklich die überlebt Jo ja die 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 ja ja auch vor allem und wenn man das alle er hat da war aber auch der Welt für den Scheißhauten so ist das war schon mit dem Geld zu haben und nicht gut ist das nur von Geld jetzt hat er mein Bild noch falsch ist immer verschießen können hat er doch viel die Karte hat er nicht nur hat Scheißdruck gemacht er auch mit Scheiß zu werfen du Arsch du ekelhaftes Piech jetzt fang an zu singen du lieb dein Gesang ja nicht mehr so lange für den Part also fang an zu singen mach's Maul auf und nicht gleich so nicht nach hinten hat schweig keine Mannschaft ein Wohin da ist drin er hat auch Klopapier gegenwerfen machte noch die Weg ach hier macht er und muss man zweimal treffen und beim letzten mal dreimal denke ich mal gehe ich mal von aus da ich hier drei b-knöpfe hier sehen hab wird man ihn mit drei mal so angreifen müssen ach ist die musik hier schimmeln na wo kommst du jetzt? was ist der? oder? muss der? da? naja, we sins wa, oh, jetzt singet jetzt ist einfach... nagas ich weiß nicht was er singt aber es mir auch scheiße der Gare kann ich sehen Lala Lala bei der Ausstattung bei der Ausstattung bei der Ausstattung bei der Ausstattung aus der Ausstattung so was sind die Unkürtel aber bei der Ausstattung bei der Ausstattung bei der Ausstattung der Ausstattung bei der Ausstattung kommt doch noch klar nein ich bin in die Scheiße gefallen online und jetzt muss wieder von vorne ohne gut scheiße ich bin dem ober und nein die 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 ich weiß sie haben nicht die im Scheißhaufen die 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 obergegangen neuen allen die kraft die scheiß umgekehrt nachschöntig doch kino wird da und guter uns beim nächsten paar besiegt schweiß ob sie daraufhin jetzt weiter man muss jetzt noch mal die ganzen kann man ein sonnt das finde ich gut noch mal gucken, wie weit wir noch kommen bei denen mit 3 Minuten haben wir noch na, jetzt mal um ach Quatsch hallo ok ja, bitte jetzt hör auf zu singen für mich, Dankeschön wir haben alles gehört an deinem Gesang ein wunderschöner Gesang der gar nicht mal so scheiße klingt, wie du aussiehst sondern noch beschissen immer diese Scheiße hier am Spielen na, ehrlich, ja weißt du eigentlich, dass dieses Spiel ursprünglich ein Kinderspiel werden sollte schön kann man sich nicht vorstellen, ne ja, da ist es ja auch kein Kinderspiel mehr wo soll er denn da genau rein, gerade nur so, bevor er wieder schließen konnte schaust man nicht noch mal randert, weißt du, bäh 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 so, bevor du wieder anfängst zu singen, mach ich die gleich mal weg das möchte ich jetzt schon nicht hören komm so diesmal darf ich nicht in die Scheiße fallen ich bin ja vom dritten Punkt hallo in die Scheiße fallen so, wo haben wir ihn? da, da mach da sein Maul nicht auf noch wer werfen noch noch aua äh du ach ja jetzt sind wir einmal treffen wir ihn noch dann wird's kritisch schaust wo soll er denn schaust scheiß bist du jetzt da? na komm noch scheiße oder dann ich glaube ich muss gleich in Papen, oder? so, wir müssen in den Papen, nicht sag schon mal, Tschüssi, euer FlastTV tschüss 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 tschüss